recht herzlich willkommen zur 22 folge von planet nomads wir haben die 0.7.0.0 das bedeutet wir haben kein save game mehr ist nicht inkompaktibel ist gut was ist neu hier sieht man schon die welt wird schneller generiert es gibt mehr tiere und wir haben sind zugefügt und wer weiß was noch okay dann war jetzt und ja wir müssen dann wieder bei null anfangen das können wir leider schon jetzt sind wir da also es ist nichts da wir steigen aus ist einzig so was da es ist ein container wo die sachen drinnen sind die wir hatten also gebastelt und ja jetzt müssen wir gucken was war weitermachen nehmen das was auf jeden fall mit und wir nehmen das fleisch dann dann die die biomasse brauchen wir nicht die biopaste zum essen die kräuter schlafsack was nehmen wir noch mit ich glaube das reicht erst mal erst mal gucken schauen wir mal hier hoch und ja sieht cool aus da gibt mehr bäume sieht schön aus was ist das das ist wohl wasser so sieht ganz nett aus also wasser kriegen auf jeden fall schwimmen können wir auch ja unser tool geht noch unser werkzeug oder ressourcen raus geht sogar auch nehmen wir das mal nix mehr oder batterie leer lassen zeichen auf der linken seite neu dieser fuß okay können wir abbauen aber kommt irgendwie nix mehr raus ne dann machen weg okay war's was ist das oder was nö kaputt ja jetzt haben wir ein paar ressourcen gekriegt dann gehen wir mal hoch jetzt brauchen wir irgendwie eine essensmaschine müssen wir da machen und so und schönen platz finden wo wir bauen gehen wir mal da lang oder da sieht es nicht schlecht aus aber nee da ist ein tier da sind noch mehr ne da gucken wir mal vielleicht in die andere richtung hier vorne ist es doch schon eigentlich ganz schnuckelig oder können wir hier was kriegen nö keine kräuter nur die biomasse hier können wir vielleicht hier auf dieser ebene das machen oder das müsste gehen das mal weg gehen wieder nichts auch nix und auch nix keine kräuter was das auch nur so holz nix besonderes nehmen wir aber mit gerade fertig gut grüner baum und was ist das ok aber wir machen erstmal unsere basis hier fangen wir mal an hier zu bauen dann müssen wir die b-taste drücken für das baumenü und da ist noch alles drin ok ja aber wir brauchen erstmal diesen 3d drucker da ist er was ist das okay das war das okay dann nehmen wir den und packen wir auf die 0 geht das ja dann brauchen wir den mal aber ich glaube immer nach unten am ufer oder ja nicht im weg da war gerade möglich wo den mann und dann bauen wir den wunderbar okay machen wir mit hier auf also die die haben aber an unserer rettungskapsel aber jetzt mal hier aber das wäre es rohstoffe reinpacken aber wir haben kein eisen gehen wir doch noch mal zurück wird dann auf zur kapsel nur noch ein paar sachen holen einmal hoch da ist es schon ok dann ob sie wofür ist das c keine ahnung was t ist es öffnen was oben ist auch komisch ja dann brauchen wir eisen auf jeden fall den kohlstoff nehmen damit die rahmen mitnehmen dann brauchen wir keine bauen und den das silizium was nehmen wir noch mit auch kein platz mehr ok ich glaube das können wir hier lassen die aufeinander ok der knicks in die kiste tun oder was gut dann lass uns gerade gehen und schauen das oder weiterkommen geflogen wenn wir haben da kommen wir doch schon zu bauen oder hier hoch und dann machen wir die hier zwar ist die grundplatte und dann bauen wir die oder hier sollen oder zock mal gucken wir dass wir die da irgendwie dran kriegen das passt oder also das ist nicht so doller grad der sitzt und zu tief zu weit hält zu tief das packt er nicht wenn wir das ganz schlecht geht es irgendwie mal da ist er und machen wir noch nach hinten weiter gehen wir haben durst da geht er drunter da passt daneben rein geht auch zum 2 breite klub und drei breit sitzt und dann schwebt die noch ein bisschen was aber es wird schon klappen na komm schon geht irgendwie gerade nicht jetzt und noch einer der sitzt auch ok jetzt können wir die weiter bauen also eine falsche taste t drücken dann geht es weg und dann bauen wir auf ach so ja keine platten gut dann müssen wir da noch mal runter der drucker was macht er öffnen also c ist umbenennen zum beispiel wofür das ist keine ahnung eh wird's auf das packen wir dann mal rein und eisen und dann war noch das geht noch mehr ok machen wir vor allem das brauchen wir nicht jetzt machen wir platten ein paar mehr alles läuft also rahmen ok das die sind die ersten platten noch da reinpacken alles was da reingeht ist da drunter gut dann machen wir platten können wir erstmal noch zwei da bauen schon schweißen so andere seite und bauen so einer ist fertig und noch einen gut und haben keine platten mehr und müssen wir welche rausholen und können wir auch noch mehr machen zehn stück die nehmen wir und dann da weiter bauen das dann das uns die erstmal holen was ist c immer noch das umbenennen gut und wir machen gerade die falschen klamotten ok dass ich schnell gedrückt passt und naja ist nicht schlimm davon dann nochmal bitte zehn los so sieht es besser aus wir müssen noch was trinken ok 47 gut dann nach rechts klicken und nehmen wir ein alles ist gut sieht das hier aus was kann da noch machen alles klar open platten mitnehmen noch eine bitte gut dann können wir zweimal machen vorwärts hier einmal für dich und nochmal jetzt haben wir Hunger mit der regelär gut nochmal da reingucken dann müssen wir noch was essen nehmen wir das biopaste ok kann man nur einmal das abklingzeit jo jetzt geht's nochmal jo läuft raus da oder ne platten also da schon raus aber hier nochmal rein die platten nehmen aber noch ein paar zehn stück läuft und dann da hoch drauf und weiter gebaut fertig noch einer noch noch richtig weiter rieber wieder leer oder ist hier leer da kommt es nochmal und fertig einer fehlt uns jetzt auch keine platten gut gut der 3d drucker da läuft noch nehmen wir die platten wieder raus und dann glaube ja das macht er jetzt noch ich glaube wir holen mehr aus dem anderen container raus das bauen dauert länger hier ne ja ja lass uns mal gleich darüber gehen warten wir gerade noch das noch gut die rahmen noch hat er getauscht und dann gehen wir mal zur Kapsel da einmal rüber geflogen da ist er jo da sind wir holen wir da die klamotten raus das nehmen wir mit das ist nicht das auch nicht hier die glaskomponenten nehmen wir mit und die platten und hm das ist noch reinlegbar wollen wir das schon haben ok kompositsteile elektronische parten nehmen wir noch mit ja denke ich klappt schon oder die werden auch noch schön aber da ist kein platz gut dann raus und gehen wir zurück viele sterne da oben gut da ist unsere plattform fliegen wieder so dann da drauf und das nochmal fertig gemacht gut wunderbar und dann machen wir eine Ecke B und die 6 ist es ja dann wieder raus und die 6 gedrückt und passt dann Nummer 3 mit dem Fenster immer wieder hin dann die 5 nehmen wir da ohne Fenster passt dann die 3 mit dem Fenster haben wir wieder eine 5 ohne Fenster jetzt da ohne Fenster oder nicht da ist auch voll doof das einschnappt da jetzt geht's und dann die Ecke wieder die dreht sich natürlich jetzt falsch weg ok so gedreht das war die falsche Achsenverstellung gut dann gleich gucken das so ist es auch nicht so geht das jetzt nicht andere Position und geht wunderbar dann müssen wir die die 3 mit dem Fenster nehmen der wackelt da hin und her jetzt 5 ohne Fenster das soll die herangehen oder so wir brauchen was zu essen sagt sie gerade hier machen wir die 1 mit der Tür dann wieder die 5 und dann 3 das Fenster gehen wir da hin gut wunderbar und dann noch eine Ecke da ist sie wunderbar gut ok aber ich denke mal das soll es erstmal jetzt reichen ich baue das ohne euch und ja sehen wir uns wenn ich dann fertig bin wieder da hier in 15 danke fürs Schauen und bis zur nächsten Folge Tschüss und bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Folge